Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign, rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im dunklen Stochern und unfähig sind zu verstehen. Reba, eine Bezeichnung, die die Proteane erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind ein Fall. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation, ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwerken und sterben. Wir sind ewig, die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder schwächen. Sie kann nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren. Wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Wir sind Legion. Die Zeit unserer Umkehr ist gekommen. Unsere Grundzahl wird den Himmel jeder ihrer Weiten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Wir zwingen den Chaos der organischen Definition einer Beordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen haben. Und sie eben enden, weil wir es vor allem. Ich bin also wohl heute eben zu stehen. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Wer sind ein Bestes 알 gusto. Der llegere Kolumbach ein goodnesszukommen aus. Sie können